Herzlich willkommen hinter dem schwarzen Auge. Wir schauen heute gemeinsam auf meinen Winterwacht Crowdfunding Guide. Ja, was ist die Winterwacht? Die Winterwacht ist das aktuell laufende Crowdfunding zum Bornland und den Walbergen. Hat jetzt etwa die Hälfte der Zeit hinter sich mit 215.000 und 1.100 Unterstützern. Es ist auch gut dabei, ähnlich wie Rochhalserben. Ihr habt da die Möglichkeit, den Regionalband, verschiedene Zusatzbände zu bekommen, aber auch einzelne Fluffbände sind mit dabei, wie die Vademekums und das Heldenbrevier. Karten sind mit dabei, Acrylmarker, Würfel, Neuauflagen, unter anderem von der Bornland Originalspielhilfe damals in den 90ern und das Ganze in verschiedenen Paketen. Außerdem habt ihr noch jede Menge Zusatzprodukte und auch jede Menge Bonusziele, die schon freigeschaltet sind und noch freigeschaltet werden. Da verliert man natürlich auch gerne mal den Überblick. Und damit das nicht so kommt, habt ihr ja mich. Denn ich habe einen Crowdfunding Guide gebastelt, wie auch schon bei den vorherigen Crowdfundings. Den findet ihr natürlich auf hinterdemschwarzenauge.de bzw. auf hinter-dsa.de. Das ist der Kurzlink. Entweder direkt als obersten Punkt oder ihr klickt oben auf DSA, die Winterwacht, das Bornland, die Überschrift und dann springt ihr automatisch zu dem Punkt. Da habt ihr verlinkt eine interaktive Excel-Datei und ein nicht interaktives PDF. Und da schauen wir uns jetzt mal an, wie das Ganze funktioniert. Und springen wir auf die Excel-Tabelle. Ihr habt hier oben einen Direktlink zum Crowdfunding. Habt hier eine Übersicht, wie der aktuelle Stand ist. Wenn ihr auf das Bild klickt, landet ihr auch im Crowdfunding. Wenn ihr auf hinter dem schwarzen Auge klickt, landet ihr auf unserer Linksseite. Und hier habt ihr jetzt die verschiedenen Pakete, die es im Crowdfunding gibt, die sogenannten Dankeschöns. Das fängt an bei Freie Bürgerin mit nur dem Regionalband. Neunaventurin ist so ein Einsteigerpaket. Edelbürgerin ist mit der Limited Edition des Regionalbands. Der Brückenbaron hat dann schon die drei Hauptbände. Das ist also die Regionalspielhilfe, der Heldengenerierungsband und die Spielleitungshilfe. Das ist auch der erste Band, der die PDF-Ziele mit dazu bekommt und auch die Crowdfunding-Ziele. Dann haben wir mit Sibylia einen rein Fluff-Level. Der bekommt vier Fluff-Bände und ebenfalls die Bonusziele dazu. Die digitale Bronyarin wiederum. Die hat nur die PDF-Ziele mit drin. Das heißt, da erhaltet ihr keinerlei physische Produkte, sondern nur, das ist dann hier die untere Tabelle, nur die digitalen Produkte. Da aber gleich nochmal mehr dazu. Und ab der Bronyarin habt ihr dann auch die Compendient-Ziele dazu. Das ist hier dieses Kronensymbol. Dazu jetzt gleich mehr. Darunter seht ihr nochmal, wie viele Leute aktuell das Ziel gewählt haben. Darunter findet ihr jetzt die Tabelle mit den ganzen Produkten. Und da ist auch das Crowdfunding-Paket dabei mit den bisher freigeschalteten Zielen. Und auch das Compendium mit den bisher freigeschalteten Zielen. Und ihr seht jetzt, hier zum einen ist das ein Fluff-Band mit F, ein Crunch-Band mit C oder ein Regel-Band mit R oder auch eine Mischung. Welchen Umfang hat das Ganze? Welches Format hat das Ganze? Und dann in welchen Paketen ist das mit drin? Das seht ihr hier an diesen Sternen. Also der Hauptband ist in Freibürgerin mit drin, im Brückenbaron, in der Sibylia, in der Bronyarin und im Adelsmarschall. Als Zusatzprodukt kostet der Band 35 Euro, im F-Shop wahrscheinlich nachher 34,95 Euro. Das werden wir erst nächste Woche Freitag wissen, wenn dann die Flusslandebände veröffentlicht werden, ob das auch der endgültige Ladenpreis ist. Aber im Moment gehen wir mal davon aus. Aber hier der Hinweis, dass es aktuell noch ein Schätzpreis ist. Und genau, so verhält es sich dann eben mit den ganzen Bänden. Hier seht ihr auch, in welchen Paketen dann die einzelnen Crowdfunding- und Compendium-Pakete mit dabei sind. Durchgestrichen, das ist aktuell noch nicht freigeschaltet. Wir gehen aber davon aus, dass alles freigeschaltet wird. Alles, was gelb hinterlegt ist, sind die Zusatzprodukte, die es schon vorher gab. Da gibt es kein PDF dazu. Das heißt, die gibt es nur physisch dazu. Die kann man aber beliebig wählen. Und die haben auch alle noch in irgendeiner Form Rabatt mit dabei. Und dann habt ihr hier unten dann eben die ganzen digitalen Produkte, im Wesentlichen PDFs oder MP3s. Auch hier kann ich nur Schätzpreise angeben. Das hat sich spätestens mit dem Wüstenreich stark verändert. Der Preis liegt jetzt immer so bei 70, 75 Prozent vom Printprodukt etwa. Die habe ich jetzt auch hier mal angesetzt. Kann sich aber noch alles ändern. Aber so in der Größenordnung dürfte es liegen. Und genau, hier haben wir dann nochmal das Crowdfunding-Paket in der PDF-Version. Und auch die Companion-Ziele. Genau, und wir gucken uns jetzt mal an, wie das Ganze funktioniert. Dazu wählt ihr hier in dieser Spalte per X aus, welche Produkte ihr haben möchtet. Ihr sagt also nicht, welches Paket möchte ich haben, sondern welches Produkt möchte ich haben. Und ihr sagt zum Beispiel, ich möchte bitte die Regionalspielhilfe in der normalen Variante. Ich möchte die Mysterien. Das Heldenbrevier. Nachdem es das jetzt doch wieder gibt, möchte ich natürlich haben. Und ich stehe auf Würfel. Also komm, die Würfelsets möchte ich auch haben. Und außerdem Bornland TSA 2 hätte ich auch gerne. So, das ist jetzt eure Auswahl in physischen Produkten. Jetzt könnt ihr dann noch auswählen, genau, das Compendium wollt ihr noch dazu. So, das nehmen wir jetzt auch nochmal mit dazu. Dann könnt ihr noch gucken, welche Zusatzprodukte ihr haben möchtet. Das könnten zum Beispiel hier die vergangenen Sphärenklang-CDs sein. Drei Stück davon, die habt ihr noch nicht. Und dann guckt ihr jetzt nochmal, was für PDFs wollt ihr haben. Da sagt ihr auch die Winterwacht. Und auch die Mysterien. Das Heldenbrevier wollt ihr nur in Papierform lesen. Das Bornland hättet ihr aber auch gerne als PDF und auch das Compendium. So, jetzt habt ihr eure Auswahl getroffen. Jetzt könnt ihr hier oben sehen, wo ist was drin. Das sind die Grünfelder. Also, welches Paket hat diese ausgewählten Produkte mit drin. Und wo müsst ihr das als Zusatzprodukt dazunehmen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Zibylia nehmen, die hätte die Winterwacht, den Regionalspielband drin. Die Mysterien müsstet ihr dazubuchen. Das Heldenbrevier ist mit drin. Das Würfelset müsstet ihr dazubuchen. Das andere auch. Und auch das Bornland müsstet ihr dazubuchen. Ebenso das Compendium. Bei den, also genau, also die gelben Zusatzprodukte müsst ihr immer dazubuchen. Das heißt, die sind immer orange. Dann könnt ihr noch bei den PDFs gucken. Da habt ihr bei der Zibylia jetzt die Winterwacht mit drin. Die Mysterien habt ihr oben ausgewählt. Das heißt, die sind jetzt hier enthalten. Deswegen auch grün. Und auch das Bornland VdS2 ist enthalten. Denn das habt ihr oben als physisches Produkt dazugebucht. Dann kriegt ihr auch das PDF dazu. Außerdem habt ihr die PDF-Varianten vom Crowdfunding-Paket und vom Compendium mit drin. Denn die sind ja über die PDF-Symbole enthalten. Die physischen allerdings nicht. So, jetzt könnt ihr hier unten sehen, in dieser Zeile, oben auch analog, seht ihr immer, was sind die Inhalte dieses Paketes insgesamt wert. Egal, ob ihr sie gewählt habt oder nicht. Hier auch in der Summe. Viel entscheidender für euch ist jetzt so, welches ist denn jetzt das perfekte Paket für euch. Und zwar habt ihr hier dann einen Vergleich, was kosten diese einzelnen Pakete, wenn ihr sie so wie ausgewählt kaufen wollt. Und ihr seht schon, ihr habt jetzt hier 180 Euro bei der freien Bürgerin. Das heißt, es wäre jetzt hier tatsächlich für euch am günstigsten, die freie Bürgerin zu nehmen, also nur den Hauptband und die anderen Produkte einzeln dazu zu kaufen. Das hängt jetzt hier damit zusammen, weil ihr so wirklich völlig wahllos dann Produkte ausgewählt habt. Und da gibt es kein Paket, was in der Summe günstiger ist, wenn ihr es gesammelt kauft. Ihr würdet so 180 Euro zahlen und für alle anderen Pakete zahlt ihr andere Produkte, die ihr nicht dabei haben wollt, mit. Und deswegen sind die entsprechend teurer. Hier würdet ihr jetzt sehen, wie viel teurer sind die anderen Produkte oder auch wie viel günstiger. Das heißt, wenn ihr vom Alles Marschall ausgeht, wie viel günstiger sind die anderen Produkte. Und hier unten seht ihr, was kostet das, was du ausgewählt hast, nach dem Crowdfunding. Das heißt, du würdest jetzt 180 Euro zahlen, nach dem Crowdfunding 290 Euro. Würdest also jetzt 110 Euro sparen, wenn du freie Bürgerin nimmst und die oben gewählte Kombination. Und die Produkte, die du in dem Paket dazubekommst, die du aber eigentlich gar nicht haben willst, das wären jetzt in dem Fall 0, weil du da genau das aussuchst, was du haben möchtest. Wenn du jetzt aber sagst, du nimmst, was weiß ich, die Broniaren, würdest du noch für 220 Euro weitere Produkte dazubekommen. Und das Gesamtpaket würde nach dem Crowdfunding 510 Euro kosten. Und hier unten siehst du dann nochmal, das ist jetzt ein theoretischer Rabatt, den du insgesamt bekommst. Du würdest bei der freien Bürgerin eben die 110 Euro sparen und 38 Prozent. Wenn du die Broniare nehmen würdest, würdest du zwar eine 50 Euro sparen, 49 Prozent, hättest dann aber auch für 220 Euro Produkte dabei, die du eigentlich gar nicht haben willst, die du dann verkaufen müsstest. Genau, das ist so das Grundprinzip, wie das Ganze hier funktioniert. Das heißt, du wärst oben, wir können ja nochmal ein Beispiel machen, wenn du jetzt sagen würdest, ich möchte aber doch die Helden der Winterwacht haben, Sphärenklang will ich auch noch und auch das Spielplan-Set und vielleicht noch eins von den Weidemekums und scrollst dann nochmal runter und auch hier PDF von den Helden möchtest du dazu haben, die Sphärenklang MP3s und blaues Licht als PDF. Dann ist jetzt das beste Paket schon der Brückenbaron, weil im Brückenbaron sind die drei Grundbrände mit drin. Das heißt, hier würdest du, das wäre aber gleich wie die Freibürgerin, auch die Freibürgerin wäre hier noch mit am günstigsten. Das heißt, du könntest hier wählen, was von beiden du nimmst, weil beim Brückenbaron sind auch die ganzen PDF-Ziele mit dabei. Die müsstest du bei der Freibürgerin einzeln dazukaufen. Ja, in dem Fall würden die sich nicht viel nehmen. Du hättest aber für 20 Euro Aufpreis dann auch schon die Sibylia oder die Bronyaren. Bei der Sibylia lohnt sich das bedingt, aber bei der Bronyaren hättest du dann schon für 131 Euro noch zusätzlich Material für 20 Euro im Paketpreis mehr. Also das kann man dann schon überlegen. Gebe ich 20 Euro mehr aus, habe dann für 130 Euro Sachen, die ich vielleicht nicht unbedingt haben wollte, aber ich meine für 20 Euro kann man dann durchaus schon mal überlegen, ob das vielleicht dann doch sinnvoll ist. Aber am Ende kauft natürlich nur das, was ihr haben wollt. Das gibt ja am Ende dann auch euer Budget dann in der Regel vor. Unten habt ihr dann noch meine Hochrechnung. Das heißt, hier seht ihr, wie das ganze Crowdfunding sich im Verlauf entwickelt hat und wie es im Vergleich zu den bisherigen DSA-Crowdfundings seit Torwahl steht. Und ihr seht, wir sind hier die hellblaue Kurve aktuell ziemlich genau auf dem Punkt, wo auch Roh als Erben zu dem Punkt war. Und grün und rot ist mal meine ursprüngliche Prognose gewesen, was den Euro-Betrag angeht. Das hat sich jetzt natürlich relativiert, dadurch, dass jetzt die blaue Kurve ja vorgegeben ist, bis zum 11. Tag. Und aktuell rechne ich noch, dass es zwischen 460 und ja, knapp 290 Euro, 1.000 Euro landet. Mit so einem Mittelwert, der etwa da liegt, wo auch Roh als Erben gelandet ist, nämlich bei 390.000 Euro. Also irgendwo in der Range werden wir dann wahrscheinlich noch landen. Bei den Bäckern stehen wir etwas besser da. Da sind wir fast bei der Zahl, die auch die Sonnenküste hatte. Unterrechne ich aktuell mit knapp 2.000 Bäckern. Es könnte aber auch nur 1.500 oder 2.500 werden. Da ist die Range auch noch etwas größer. Aber die ursprüngliche Range hier, der rote und der grüne Bereich, der wird definitiv nicht mehr erreicht. Ja, guckt da gerne mal über die Zahlen. Klickt euch mal durch. Vielleicht findet ihr so euer perfektes Paket für dieses Crowdfunding. Gebt mir gerne Feedback, ob es euch geholfen hat. Und ja, ansonsten würde ich sagen, haut rein. Viel Spaß dabei. Und 1.5 Wochen läuft das Crowdfunding ja noch. Ich bin mal gespannt, wo wir landen. Bis dahin, dann euer Gernot. Tschö, tschö. Vielen Dank auch an meinen Co-Hurst und Co-Mod Adrian, an die Graf-Hinterstützung durch Elegant Erdenfold. Unsere Patronen und Co-Fi ist die Unsterblichen Munix und Dennis, die Göttlichen Albrechts und Benjamin Bar, die Allwissenden Kirill und Anvarion, die Wissenden Meister F, Tengel und Heimi, die Halbwissenden Gwindern, Fuxi, Asatul und Fockfencing, die Neugierigen, Skotus Paligan, Grim Talks und Tama sowie alle unsere Twitch-Abonnenten und alle über unsere Partnershops einkaufen. Vielen Dank. Ihr macht das möglich.